in moderner art auf den moosberg zu kommen elektroroller geiles gefährt hier oben ist der moosberg die ersten sind schon wieder am fliegen weisenbach jetzt sind wir schon auf mittlerer höhe zieht hier unten das lechttal und geht jetzt aufs letzte stück drüben sind unsere leute so Juhu! Aber, super. Auf geht's zum Frieden. Ein Traum. RC Paratag hier am zweiten Moosbergtag. Moosbergcups 2017. Traum. Mit dem Mega XXXL Traik vom Michael Faragestell. Don't turn it up in my hand, just will you, oou-o-o-o. Don't turn it up in my hand, just will you do some Repeat. So, so. intention spicy? Was? Was? Können wir da nicht hängen? Ja. 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 Na vor. Ja. Ja gut. Unter Belastung bei Lenken. Heben wir da auf. Ja. Und der Belastung bei Lenken. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit, lasst euch schmecken Das ist der Chefkoch persönlich Hacker, Moosberg Cup 2017 Traumwetter an diesem Samstag Der RC Paragott hat es sehr gut mit uns gemeint dieses Jahr Und ja, was will man mehr Der Wind steht ideal auf dem Hang Nur eine Frage der Zeit, wir haben es noch relativ früh am Vormittag, wann die Thermik einsetzt Ja, ich denke so circa, wenn ich hier rund zähle, 20 Schirme sind schon in der Luft Ja, ich denke so, dass ich hier in der Luft die ersten wagemutigen versuchen schon höher zu klettern man betrachtet den nexus team edition rot-weiss die 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 Natur ist auch am Aufwachen. Kleine Falter macht sich auch startklar. Die Natur ist auch am Aufwachen. Die Natur ist auch am Aufwachen. Die Natur ist auch am Aufwachen. Der Nikolaus ist ein bisschen früh oder spät. E nachdem. Er hat noch ein bisschen mit der Bremse gespielt. Die Natur ist auch am Aufwachen. 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 Und unsere Couch scheint dann so langsam neben der Bank fertig zu sein. Die Natur ist auch am Aufwachen. Die Natur ist auch am Aufwachen. Hallo Freunde. Hacker Moosberg Cup Saisonauftakt RC Paragliding. Traumbedingungen herrlich. Die Natur ist auch am Aufwachen. 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 Und von rechts. Leute, wenn du aufwachen, rechts kommt Echter schon. Sie denkt halt, wir sind Echte. Sehr gern. Nach vorne sitzt es rausgelegt. Der ist auch rechts. Da oben ist es rausgelegt. Ja, auf geht's zum Fliegen. Hammer. Lauter schöne Preise. Es ist die Moosberg-Kappweihe für alle, die das erste Mal am Moosberg waren. Also bei Graumagen bin ich immer etwas vorsichtiger, weil ich glaube, das ist das. Also, aber da kann man so... Ja, das geht ja noch okay. So, jawoll, passt schon. Passt schon und auch wieder gehört, du darfst aufgeben, wenn du alleine raufkommst. Das ist natürlich auch so schwierig. Du kommst doch dann mehr drauf, das wissen wir ja, also das passt schon. So, jetzt hab ich's noch gewählt. Also, bitte, das passt dann schon. Abschlussworte? Ja. 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 Dass du die Besen rauskuchen. Dass du auch alleine fliegen darfst. Danke schön. Kommen. Ihr seid jetzt alle, wie er schon gesagt hat, die kommenden Klub, die sind in Bayern oben liegen. Ihr seid alle. Willkommen! Kandidat! Nein, nein, nein. So, aber. So, kommt der. Stellt's gerade ab. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ja. 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 Herrlich! Moosberg 2017, der grüne Abschluss Samstag Nacht, 23 Uhr und 15 Uhr und unsere Schirme sind noch mal in die Luft, hier auf den großen Talwiesen direkt unterhalb des Moosbergs. Bei fast vollem Mond zwischen den Berggipfeln von Tirol. Schön! Jaaaaa! 1 Meter vom Boden, ein Ausleitung! Spirale! Du weiche ein! Weiche Spirale! Weiche Spirale! Weiche Spirale! Jaaaa! Jaaaa! Okay, der untere Schler auf die Grenze gehen? Jaa! Das Schler mit dem... genau! Ich muss das jetzt antrennen. Jetzt sollen wir es folgen? Okay, passt! Wieder offen! Jetzt wieder normal weiter ziehen! Gut gemacht! Bravo! Jaaaa! Boah, leine! 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 Ja, der schanz da auf dem Arsch! Super gemacht! Gratulette! Boah, leine! Boah, leine! Gute Nacht! Gute Nacht! Aus Tirol! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.